Musik 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 Allianz von East Ungarn geht in Führung weiter. Es geht jetzt aktuell 3 zu 1 für unsere Gäste. Und ich denke mal, es muss laut der Berliner Hanne. So meine Lieben, ich muss Ihnen jetzt mal gleich was mitteilen und das ist ein ganz besonderer Applaus. Denn die Volley-Arena hier heute im Spiel, Sturin gegen Stuttgart, ist ausverkauft. Dankeschön an 1.640 Volleyball-Fans. Komm hier mal her! So, das Kommando geht rüber an unsere Trommel. Auf geht's! So, das Kommando geht rüber an unsere Trommel-Fans. So, das kommt in die Trommel-Fans. So, das kommt in die Trommel-Fans. So, der Ursprung ist irgendwie Pärchen. 2 zu 4 an der Aufnahme der Maja Bacano. Der Ball liegt in der Ruhe. Ein zweiter Ball da am Feld. Und ihr könnt wieder mitmachen. 2 zu 4, Rückschlag, Schwerin, da ist sie! Und da steht der Dreierblock unserer Gäste. 5 zu 2, Hütster, Steniner Sportclub, Minus Strang. 2 zu 3, Hütster, Steniner Sportclub, Minus Strang. Ja, der zweite Punkt. Svenin der Sieg. 3 zu 7. Und jetzt geht es weiter mit unserer 6. Junia Grrrrrrrr. Stuttgart erhöht auf 6 zu 3. Und er war er gleich an der Netskante Gäbeeren. Sparkassel liegt in der Luschen gegen Frau Provenzialbund. 4 zu 6 Schweriner FC. Berit Kauffeld an der Aufgabe. Und der bleibt unglaublich. Sieben zu 4. Sieben zu 4. Oh, das ist der Punkt. Sieben zu 5. Sieben zu 5. Und zu Nummer 10 in der Aufgabe. Denise Hüttel. Und wir haben die erste. So, wir haben auf jeden Fall erstmal die erste technische Ausscheid. Beim Stand von 8 zu 5. Für unsere Gäste ein ganz volles Stuttgart. Wir haben uns mit den Sparkassen. Persönliche Beratung, quasi überall kostenfreie Geldautomaten, immer eine Filiale in der Nähe. Und das alles in einen kommt. Was brauchen Sie dafür? 16.000 Filialen, 130.000 Berater, 25.000 Geld für. Wir machen was mit dem Fett. Und da steht einfach neben das Sparkassen-Girokonto. So, auf geht's! Die Sparkassen-Girokonto, 5. Stuttgart. Die Sp lutze ging, sie resistiert sie, ich wünsche viele Glück. Für Stuttgart, 5 zu 8. Auf geht's! So, meine Lieben Fels, ich brauche eine große Stützung, jetzt sind die reichte Nummer hier. Auf geht's! Und wir haben jetzt unseren Moment 13, Johnny Völkker. Und wir haben alles am Aus. Aus der Himmel, Siemens im Morgen, Minus 2, Siemens in der Szene, Sieg, Papi Mariana! Und die Alba Long, die MDH-Sponsor, 100 Euro für den Nachwuchspolz für die MSG. Und die Antwort, Allianz vor die Stützung, 10 zu 8. Allianz vor, Allianz vor, Allianz vor, Allianz vor.